Ich begrüße euch zu einem neuen Video und wie ihr sehen könnt, gibt es den Colossus. Das ist auch der letzte mir vorliegende Colossus, den ich noch nicht probiert habe. Und ja, man nennt diesen Colossus auch Kongstrong, beziehungsweise Mixed Berries Flavor. Wenn wir uns das Design jetzt schon mal betrachten, fällt der ziemlich krass auf, dass der eigentlich aussieht wie die Guave, die ich jetzt nur noch leer hier habe, weil den habe ich nämlich gerade eben schon mal getrunken und für euch getestet. Und das ist jetzt irgendwo da oben sichtbar bei dem i. Ja, also wir sehen, die sind eigentlich genau gleich. Die haben einfach nur die Farbe gewechselt und die Schrift geändert, was halt enthalten ist. Und da ist auch das Stichwort, wir werden jetzt mal sehen, was die enthält. Wenn wir uns das anschauen, haben wir ein Energy mit Grüntee, Guarana-Extrakt und Bärengeschmack. Aber was für Bären? Wir haben Karottensaft-Konzentrat, also keine Bäre. Apfelsäure, das ist glaube ich auch was anderes. Grüntee-Extrakt mit 0,06%. Hier steht nicht, welche Bäre enthalten ist. Das ist ziemlich schade. Aber wichtig zu betonen ist, dass ihr erhöhter Kaffeingehalt enthalten ist, was für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen ist. Ja, ich würde mal sagen, wir öffnen die Dose, damit ich euch sagen kann, welche Bäre man hierherausschmeckt. Wenn man sie überhaupt herausschmeckt. Vielleicht schmeckt das auch wie die Guarbe. Auf jeden Fall haben wir ein ziemlich krasses Rot als Farbe des Getränks. Ich werde es mal testen. Ich muss sagen, das ist ziemlich wild. Weil die Guarbe hat genau geschmeckt wie ein Rockstar Energy Guarbe. Und ungelogen, der hier schmeckt einfach 1 zu 1 wie... Der Kongstrung, der Kongstrung, schmeckt einfach 1 zu 1 wie ein Bluebeer, wie auch immer man das ausspricht. Ich frage mich tatsächlich, ob die die gleichen Inhalte haben. Wir haben ja gerade eben den anderen gesehen. Und jetzt den hier irgendwie. Schwarzes Karottensaftkonzentrat. Grün-Tee-Extrakt ist auch hier drin. Tatsächlich mit 0,059%. Was wir hier beim Kongstrung mit 0,06% hatten. Also ist das schon mal ziemlich ähnlich. Und mit Guarana-Extrakt wieder. Ansonsten steht hier Honig drin, was hier genau ist. Also ich sage euch, wie es ist. Die Colossus Energies sind ziemlich inspiriert von dem Rockstar Energy. Es kann natürlich sein, dass das Zufall ist, wenn selbst die Guarbe Flavor danach geschmeckt hat, wie ein Guarbe Energy Drink von Rockstar. Dann hat da entweder Colossus abgeguckt oder die haben einfach verdammt viel Glück gehabt, dass es genauso schmeckt. Und natürlich ist jetzt die Frage, kann ich den Kongstrung hier empfehlen? Jeder, der den Energy da hinten mag, allgemein Rockstar, kann sich auch den Colossus Mixed Berries holen. Es ist einfach genau das gleiche. Und der Colossus ist sogar günstiger. Das war es mit meinem Let's Drink. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn ich die Crazy Wolf Energies testen werde, die ich letztens vorgestellt habe. Es sind drei Sorten. Aber dazu werden wir ja noch kommen. Dumpen, 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 Dumpen. Bis zum nächsten Mal.